ich heiße euch herzlich willkommen meine freunde zu diesem video wir spielen jetzt erstmal ne runde need for speed most wanted wenn es euch gefällt dann lasst ein like und ein abo da und ich würde mich darüber dass point also das ja 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 Ja, ja, ich hoffe, es gefällt euch. So. Tada, 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 tada. Uuuh, die legechs nicht... 292. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. egal würde ich mal sagen hier und gewonnen das war ja eh nur links wenn wir uns das machen hey, hier ist Vic, also Klappe halten und aufpassen ist mir egal, was du mit den anderen Typen am laufen hast geh mir einfach aus dem Weg, das sind meine Straßen kapiert halt dich einfach an das, was man dir sagt, dann ist alles cool aha und hier okay, machen wir ja so, das nächste so, das ist ja 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 ein Nyeho! Nyeho! Auf geht es! Nyeho! Wo ist er? Der nächste Ja Das kriegen wir auch hin Das ist kein Problem Jojo Die sind gut, die sind gut, aber nicht so gut wie ich Hm? Hm? Warte, mir hat es gesagt, das geht doch nicht Warte, mir kommt Warte, mir kommt Warte, geht's Warte Zitzen Warte, geht's Warte, 1963 Warte, geht's Warte, geht's Warte, ne du Was ist das? Oh, ey. Dann machen wir hier noch einen K.O. Das wird schon. Das wird schon. Und das wird schon. Oh. 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 A little bit unnick. Oh, Alter, ey, komm doch. Komm doch nicht. Oh, my God, ey. Okay, geht mir. ... Nee, 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 nee. Mas das ist noch los. Ich weiß, hier wird es nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es geht euch gut, aber wenn es gefällt euch, dann lasst ein Like und ein Abo da, würde ich mal sagen, einfach, ne? So, let's own the AI. Mein Gott, ey, was ist nur los, das ist nicht so gut. So, let's own the AI. So, let's own the AI. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Campton Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur ne Frage der Zeit. Wir sehen uns. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Okay. Sondern ich muss, bevor ich entkomme, eine Verfolgung weniger als die Minuten umdrehen. Alles klar. Das machen wir doch mal nicht. Nein. Warte. Weiter geht. Fahrzeug ist ein schwarzer Volkswagen. Ist eindeutig zu schnell unterwegs. Die Sache beruft auf den Bruder. Wir brauchen Unterstützung. 1085. 1085. 1085. 1085. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs für euch. Komm deine Freunde nicht. Ich habe den Bruder nicht ausgeteilt. Schickt weitere Einheiten her. Ich weiß nicht. Wer ist den jetzt? Schickt weitere Einheiten her. Weißt du? Der ist bei. Ich habe den Bruder. Oh, ja. Da ist die Bruder. Der ist steigend. Und wieder brand. 1085. Einheit verloren. Schickt am Lichtwagen. Schickt am Oberfladen. Das ist die Bruder. Wer ist anspaced guerriger Fahrzeug. Echt? Ja, machen wir, woher ist der Zweite? Bleib mir hier! Echt? Nö. Darauf habe ich keine Lust halt nicht an. Ja! Er ist gecrashed! Aber er fährt weiter durch die Disshaltestelle! Hä? Bin ich gecrashed, hä? Ja, das ist gut genug für das, dann. Ja, ja, ja. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Lalalalalala! Nichts! Oh, okay. Äh, ja, okay, mach ich. Na komm! Sag mal, was ist los bei dir? Okay, lass uns den Sektor absperren! Wer ist mehr in Sicht? Oh! Du willst mich doch reichen! Oh nö! In Richtung Westen am Diamond Park vorbei! Wir werden alle Straßen... Na komm! Ja, auf jeden Fall! Willkommen! Fahrer entspricht der Beschreibung eines gesuchten Verdächtigen! Es liegen mehrere Haftbefehle gegen ihn vor! Halte sicherheitshalber Verstärkung bereit! Bin, 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 bin! Boom, boom! Okay, 2, 3, alles klar. Ich halte nicht an. Ich muss was tun, sonst verlieren wir ihn. Wartet, ich schiebe ihn von der Straße. Er hat starke Bremse, halt in eurer Spur. Zentrale, schickt jeden Hörger frei. Wir brauchen jede verfügbare Hilfe. Die Lage eskaliert. Zentrale, könnt ihr eine Straßensperre fahren lassen? Stand by. Er hat uns gerade gerannt. Der Dächtige ist gerade an uns vorbeigereit. Gehen auf Code 3. Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe 2 gegangen. Habt das Fahrzeug verloren? Kann auch nicht weit sein. Sperrt das Gebiet ab. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeugpolizei. Gesichtet in westlicher Richtung. Am Diamond Park vorbei. Ja, hallo, komm doch. Wo seid ihr denn? Ich komm wieder. Ich bin ja nicht schon wieder weg sein, Mann. Hier ist Bravo 28. Ich habe vier Einheiten bei mir. Wir spannen den Bereich nordöstlich seiner letzten Position ab. Ja, ja, ja. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, ey. Jetzt wird es ein bisschen besser, hoffe ich doch. Ne, komm. Ich werde ihn überholen und mit 10.75 blockieren. Warte, setze mich vor ihn. Schatz, lass mich einfach nicht vorbei. Er schert weiter. Alles okay. Wir sind in Ordnung. Aber unser Wagen ist hin. Okay. Tö. 3-5, bitte um Lagebericht 3-5, bitte um Lagebericht Ja genau, ich schnapp mich mal sobald ich langgemer werde Ja, das mach ich doch gerne, wisst ihr doch Und, Straßensperre durch da, jippala 10-4, Charlie 4 Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs Bin gerade seitlich von Verdächtig gestreift worden Er kehrt rum und fährt wieder durch die Befaltestelle Ja, ihr habt wieder in Sicht, bin auf Code 3 Jawohl Ja, zerstört euch mal, das ist gut Ja, zerstört euch mal, das ist gut Ja, das geht, zu mir Wird man schon jeden Flughafen ausversuchten Kann ihn hier nicht abdrechnen Der ist noch nicht in Sicht Tschüss Er fährt jetzt wieder durch die Halterstelle Ja, sonst kriegt man euch doch nicht los Ich brauche alle verfügbaren Einheiten Und gehen sie mit Code 3 Verstanden, 3 Echo 8 Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs 10-7, Eckland Ich bin dabei Jetzt darf ich hier einmal rumfahren, ey Jetzt darf ich hier einmal rumfahren, ey Er ist noch nicht lange abgebrochen Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet So wie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung Ab weitere Infrasfahrten Verstanden, Zentrale Bravo 2 8 ist unterwegs Ich gehe auf Code 3 Hier ist Bravo 2 8 Wir haben einen, auf den die Beschreibung unseres verdächtigen Ex- Jawohl, meine Freunde Weg ist dran Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe Razors Prä... Alles klar Aber ich muss erstmal gucken, ob er mich nochmal ein bisschen... ...auf tun kann Ich werde das nicht sagen Am Ende Wird das nicht Wird das nicht Ich will nichts Wird das nicht und gehen meine freunde wollen wir versuchen dann machen wir es ja das machen wir die dreh die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bleib mal schön hinter mir, Kollege Du kommst hier nie nach vorne Du brauchst es auch nie, ich hab's versuchten Alter Jetzt hat er mich gewollt War ja klar War ja klar Ich bin wieder da, hm? Gut, war ein Fehler. Nein, kommst du nicht nach vorne, du bleibst hier hinein in mir, ok? So, habe gewonnen, hat einen Umfeld gebaut, so geht das, tschüss, auf Wiedersehen, ok, das kann ich auf Wiedersehen, ich weiß nicht, aber schnell, ey, gucken wir mal, ob ich gleich den Waren kriege, ich hoffe, dass ich den Waren kriege. Ich hoffe, ne? Du bleibst hier hinter mir. So, schön hinter mir bleiben, Kollege. So, 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 nirgends. So, krass. Warum zieht der denn so schnell nach vorne, das verstehe ich nicht. Nur so ne gute Beschlaunigung? Boah, Mann. Dann gäbe ich hart... Ja, oder? Nicht mit mir, oder? Nein! Nein! Mein Gott, Alter! Mann, ich bin nicht so krassig, Mann! Ja, geh mal, Gumi! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dane und Dane Blacklist 12 Dane Nööööööööööööch Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, nice. come am i here well Ja, ne. Hm, freu alles nicht. Das brauche ich nicht. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, ne. Also meine Freunde, lasst den Like und den Abo da, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.